Ja, wo alle den Weihnachtsurlaub genießen, hier hinter und mir, sind die Jungs, die wohl auch die gelbe Säcke einsammeln. Und ja, Respekt von denen in ihrem Job. Und wir müssen froh sein, dass wir solche Männer haben, die wo noch Müll einsammeln, einfahren und das an einem Samstag, wo andere schon die Füße hochlegen. Also Respekt von den Damen und Herren, die wo in dem Dienstleistungsbereich der Abfallwirtschaft arbeiten.